Die Einsatzmöglichkeiten von Spediford sind vielfältig. Sie sparen viel Zeit und Organisationsaufwand, wenn sie die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsunterweisungen online auslagern. Aber auch die Module der BKF-Weiterbildung bieten riesiges Potenzial. Zwölf der insgesamt 35 Unterrichtsstunden können Fahrer bald online absolvieren. Das bedeutet mehr Flexibilität, weniger Arbeitsausfall, weniger Kosten. Tote Arbeitszeit an Lade- und Entladestellen, wo Fahrer durchschnittlich über 1,5 Stunden warten, kann mit Spediford effektiv für Schulungen genutzt werden. Spediford lohnt sich. So einfach war Mitarbeiterschulung noch nie.